Musik 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 Ok, ich freue So, Diamanten Dada 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 W Ч Ich freue mich Puh Ah Ich freue mich das brauche ich alles nur so das buch bei jahren von meiner neuen welt bei der bergung nämlich vielleicht mal mit bräuchte ich vielleicht nehmen nennen die erschwert und ich verfüge die beiden hier einfach mal zusammen kommt ein halbwegs gutes er kommt bräuchte noch nicht so das da 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 das nicht das kommt da, das kommt da, das kommt da oh, Mikro dann mach ich einfach mal ein gelbes hier draus, kriegt er gelb so jawoll, gelbes kann ich hier draus kann ich ja glaub Knochenmehl, kann ich jetzt da draus so eins machen yay, Backpack so hier haben wir noch so'n Schott, was wir alles nicht brauchen ich nehme jetzt einfach mal das Brot mit was ist eigentlich hier der Unterschied oh ah, okay er kann schneller schießen okay dann lass ich den einfach mal da ähm, die sind ja glaub alle leer leer, leer, leer ja, ja ja, dann würde ich dann einfach mal sagen, dass ich hier kurz eine kleine Pause mache denn ich muss kurz, äh, was holen und dann wo, wo ist der eingeschlagen ich seh's nicht, wo der eingeschlagen ist da unten ah, das ist mir jetzt zu weit weg ähm ja, dann mach ich hier kurz einen kleinen Kann dann sehen wir uns äh gleich wieder ja, da geht's auch gleich weiter hab mir bloß kurz was zum Essen geholt und ich weiß nicht, aber ich hätte gern ähm einen Amboss bei mir also, ich hätte gern hier ich hab ja ein verzaugertes Buch äh da mit Schutz 4 das hätte ich gern auf meiner Chestplate äh hier Eisen so dann baue ich mir mal ganz kurz einen Amboss äh ähm ja, äh wie baut man Amboss ähm das ist die große Frage hier Amboss Eisenblöcke ach du Scheiche oh Gott ach Gott ach Gott was langt hier oh was langt jetzt hier genau für drei dann baue ich hier noch eins, zwei, drei, vier, Eisen warte, was konnte ich da grad aus Eisen machen Eisenklumpen ok, jetzt hab ich einen Amboss ähm äh stell ich jetzt einfach mal da hin so dann hätte ich jetzt gerne hier hohe ah kein Problem so erst mal alles wieder aufmotzen und dann das da verbinden sooo kein Problemchen und ich hätte noch gern ein Feuerzeug Gott doch Gott dafür brauche ich natürlich einen Flint der mir hier rauskommt das war perfekt ein Eisen so und dann das TNT das neb ich mir vom Schiff noch aber jetzt malen wir uns erst mal auf das also das halt hier zu finden pappala so Dädelchen machen wir uns wieder auf mm-mm-mm-mm-mm wo sind das Schiff kann ich eigentlich meine Render Distanz irgendwie sichtweite gering weit so ruckelt also immer noch nicht hier seht 100 durchgehend ich kann nichts dazu sagen außer bremsen da müssen wir jetzt kurz hier unten rein das ganze TNT hier ein Schiff zu bauen WTF? Hallo? Ah so weil dieser glaubt grad nicht wenig 48 und ist auf der vielleicht der andere hätte ich auch noch ne so da könnte ich so ein bisschen das die Kanonen ach das Kanonenlager sein schätze ich mal so 27 passt ja alles gut der Bogen gefällt mir auch ja der gefällt mir da packe ich dann erstmal das und das da rein so ha was? wo ist vorwärts? hier und dann machen wir uns auf in den Turm was sehe ich denn da oben? ah da ist ein Schiff das habe ich vorhin nämlich nicht gesehen mal wieder beglebt die Aufnahme größer hmm egal okay ja gestorven die die